Ja, ich nutze für Deutsche rechtliche Impressum, das heißt speziell für Deutschland, nicht jetzt für die Schweiz, das haben wir ja in einem anderen Video gemacht. Für die Impressum und Datenschutzerstellung nutze ich diese Webseite hier. Sie können sich das einfach mal auch über den Link in der Videobeschreibung anschauen. Und da habe ich die kleinen Schritten innerhalb von ein paar Sekunden, habe ich mein Impressum fertiggestellt. Natürlich würde ich immer empfehlen, das noch mal rechtlich abklären zu lassen. Ist das wirklich alles okay? Zugeschnitten auf den heutigen Zeitpunkt, E-Recht24 hat gerade alles wieder schön umgestellt mit zusätzlichen Funktionen. Also ihr könnt hier alles Mögliche angeben und deshalb finde ich das richtig, richtig cool. Wenn ich mal in die E-Mail gehe, ich müsste jetzt gerade mein Muster erhalten haben. So, da haben wir das PDF-Dokument. Ich habe einmal Impressum und einmal Datenschutzerklärung. Das heißt, ich sehe schon mal beide Sachen hier schön separat zugestellt worden. Das heißt, ich habe hier wirklich ein wunderschönes Impressum mit allen wichtigen Informationen. Verantwortlichkeit, Haftung für Links, Haftung, Urheberrecht, Quellcode, Impressum, wo ich dann nur noch rauskopieren könnte, wenn ich möchte. Und natürlich alles über den Datenschutz mit den ganzen wichtigen Optionen, die ich hier zusätzlich habe. Sei das wegen Cookies, Server-Logs, Kontaktformular auf der Seite, Newsletter-Daten, Datenschutzerklärung für Google Analytics. All diese Sachen haben Sie dann automatisch zugestellt und können die direkt, zum Beispiel auch Instagram ist jetzt ganz neu dabei, falls ihr irgendwas mit Instagram verknüpft habt auf der Seite, Pinterest, Soundcloud. Alle diese Sachen, sieht man, werden dann einem automatisch zugestellt. Das ist völlig kostenlos. Es gibt einzelne Parts, die kostenpflichtig sind im Premium-Bereich, wenn ihr ganz spezielle Sachen auf der Seite habt. Ich würde euch vorschlagen, klickt euch einfach mal durch und gebt mir ein Feedback, wie gut es bei euch funktioniert hat oder wie viel ihr mal bezahlt habt, um so ein Impressum oder Datenschutz zu erstellen. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Erlebnisse hattet, gebt doch das einfach mal durch. Ich werde euch in die Kommentare ebenfalls die Texte verlinken, da könnt ihr mal drüber schauen und ich wünsche euch viel Erfolg.